Ich finde dein Mauer-Design so geil, Alter, sieht aber schon, boah, Digga, sieht, also sieht, das ist ja viel, viel besser schon. Jetzt ist es schon richtig geil. Alter, liebe Grüße, hier aus der neuen Zentrale in Schweden, meine Freunde. So, Alter, geil, ey, es hat sich mal wieder nichts geändert, chillig. Hallo? Jo, jetzt kann ich dich hören. Also ich bin eigentlich gerade um das Technische dran, aber, folgendes, ich kann das auch unterbrechen, aber dann würde ich hier einfach später komplett weitermachen und jetzt bei Pogwarts damit weiterbasteln, weil, äh, ja. Ja, ähm, ich bin ein bisschen traurig, Spark. Ja, why? Pogwarts geht nicht voran, die Leute sind alle weg, die machen alle gar nichts. Äh, ja, also wir können ja folgendes machen, wir können ja die Gebäude einfach mal vorziehen mit Grundrissen. Ja, wir können gleich schon mal die Mauer bildern. Da kann man ein bisschen unabhängig dran arbeiten, also pass auf, lass einfach komplett mal vorziehen, die Grundrisse der Mauern und der Gebäude. Aber wir haben ja, also das Terraforming hast du jetzt gesehen, ne, das ist ja schon ganz geil geworden eigentlich, ne? Äh, das Terraforming habe ich gesehen, ja. Ja, das ist schon nice. Ja, pass auf, sollen wir, sollen wir erstmal oben alles einfach mal zurechtziehen? Ja, können wir gerne machen. Ich markiere eben die Stelle, wo das Raumschiff hin soll, bin ich... Nee, 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 oh nee, oh nein, oh nein, oh Gott, deswegen habe ich überlegt, nicht allein mit dir in Discord zu gehen. Was ist? Hä? Nee, gar nichts. All good, und bei dir? Äh, ja, alle Hörsturz, alle Zuschauer kriegen halt hier einen Hörsturz, absolut. Was war das denn? Was war das? Gab schon einen Bug gerade irgendwie. Ja, wir haben auf jeden Fall hier drin, muss auch noch einiges passieren, wir müssen komplett alles hier... Wieso spawnt da oben ein Creeper, Digga, der spawnt neben einer Fackel, das kannst du mir nicht erzählen. Ich kann mal mit einem Light Resource Pack drüber. Ich habe mal eins installiert, wo man sehen kann, wie viel Lichtlevel wo ist, dann sieht man, ob es spawnen kann. Von wo werde ich beschossen? Ach, Digga, weg, lass es. Ja, ausleuchten können wir gleich auch nochmal. Gib mir noch eine kurze Sekunde, ich markiere die Stelle für Kevs Schiff. Ich habe jetzt alles markiert wegen Raumschiff, bin durch und wäre jetzt bei Pop Wars. Ich habe ein paar Steine dabei, wir können einfach mal mit Bricks oder so ganz grob vorzeichnen, wie du es dir vorstellst. Es gab ja die Skizze. Spark, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, also eigentlich... Es gibt noch ein neues Mauer-Design, da haben wir noch nicht drüber geredet. Es gibt noch das schwarze Mauer-Design hier, von wem ist das, von dir? Das ist von IOSA. Das ist auch geil, ne? Ich finde, ganz ehrlich, Spark, weißt du, was wir jetzt machen sollten? Ich finde, das von Karscrofter ist für mich das Mauer-Design für den inneren Ring. Das ist so geil clean. Quats? Ja, das finde ich so schön. Ja, das ist schon herrenschaftlich und das von IOSA hätte ich vielleicht gedacht für die Außenseite. Ich finde, ich finde, ein Morph aus allen dreien fände ich am geilsten, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber dann musst du das irgendwie erstmal hinkriegen. Und das, würde ich sagen, ist jetzt unsere Aufgabe, oder? Okay. Sollen wir es einfach mal versuchen? Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, brauchen wir... Die Steine zusammen? Oh, Blackstone wird eh genug zu farben. Blackstone brauchen wir. Wir brauchen Cobblestone, Cleanstone, Bricks, Cracked Bricks, alle Blackstone-Arten tatsächlich, Chiseled Bricks. Pass auf, ich kümmere mich erstmal um den ganzen Brick-Kram. Welchen noch? Da findest du eigentlich, dass die äußere Mauer höher sein soll als die innere Mauer? Auf jeden Fall. Also ich finde sogar, dass die Mauer von... Ich finde sogar, dass die Mauer von Crocodile Andy nochmal fünf Blöcke höher könnte. Ja, so in der Art, weil... Ist ja so, dass der Außenwald immer größer ist als nochmal der Innenwald. Richtig, genau. Ach, der Fahrboot ist plötzlich da. Ja, dann kann der mal direkt mithelfen. So, Norman hat eh Bock da drauf, Veto. Ja, ich glaube, Spark, wir sind hier auf einer guten Wave. Guck mal. Wir müssen mal ganz kurz gucken, die Mauer direkt abschätzen von der Höhe. Also wir haben ja das Fundament gemacht, das ist klar. Dann kommt ungefähr die Mauerhöhe drauf. Du wolltest ja noch fünf Blöcke höher machen als die Quarzmauer. Richtig. Jetzt können wir überlegen, machen wir die Quarzmauer ein bisschen niedriger und dafür die andere nicht ganz so arg hoch. Weil wir sind jetzt hier bei dem eigentlichen Mauerhöhe. Eins, zwei, drei, vier, sieben Blöcke ist die hoch plus Zinn. Zu hoch ist die auf keinen Fall. Zu hoch ist die auf keinen Fall. Das ist sehr geil. Und ich überlege halt nur gerade, ob wir den Blackstone nicht in der Mitte auch noch durchziehen. Ja, das wäre die andere Sache. Hätte ich vielleicht auch gedacht, aber ich wusste jetzt nicht, ob du ihn unbedingt da haben willst. Sieht halt aus wie ein Adler, ne? Dieses Ding in der Mitte. Kannst du mal unten das entfernen, das mit den Zäunen? Und da einfach Stripe Blackstone reinziehen. Meinst du das hier? Genau, das komplett einmal weg. Und dann halt das unten, genau. Und dann einmal bis nach oben Blackstone ziehen. So. Genau, geil. Sieht sehr geil aus. So, da haben wir dann nämlich nochmal eine Erhöhung drin. Wir müssen aber auch gucken, dass wir einen Mix finden zwischen übertriebenes detailliert und auch gut baubar, weil wir müssen einen richtig, richtig großen Teil davon bauen. Das müsst ihr mitbedenken. Ich finde trotzdem das Cobblestone-Element hier sehr passend. Das ist auf jeden Fall für mich schon mal gesetzt. Das ist safe, finde ich. Oder? Was sagt ihr? Ja, passt jetzt. Also, weil die Mauer so niedrig war, hat es nicht so gut gepasst. Aber wenn die so hoch ist, dann geht's. Boah, das ist wirklich echt eine schwierige Aufgabe, ne? Ja, es kommt zusammen. Es kommt zusammen. Checkt mal, Leute. Jetzt ist es eigentlich ganz geil. Lass uns das auch mal so hochziehen. Ich finde das jetzt schon ziemlich nice. Ich finde das Fundament auf jeden Fall schon mal ganz geil. Also, bis hier ist es perfekt so. Da müssen wir uns halt nur über den oberen Teil ein paar Gedanken noch machen. Ich bin mit dem Y, weiß ich noch nicht so ganz. Aber ich ziehe jetzt trotzdem mal ganz kurz das eine Mauer-Element bis hoch. Warte mal. Ich glaube, es sieht auch noch mal viel krass aus, wenn die Mauer dann auch noch Breite hat. Ja, ja, klar. Natürlich. Leute, die bleibt ja auch nicht so schmal. Nicht, dass ihr das jetzt irgendwie vercheckt. Das von Koko noch oben drauf, ne? Was hat Koko gebaut? Das Blackstone oder das... Die Fence Gates. Nochmal oben rein. Oben noch ein paar Details. Ja, ich finde die Zinn von Koko finde ich bis jetzt am besten. Finde ich geil. Die würde ich einfach so übernehmen. Krokodil, Andreas. So, da bin ich. Hi, servus. Hi, Dave. Ich hoffe, wir haben mich jetzt nicht irgendwie geweckt oder sonst was gemacht, ne? Wir sind hart am strugglen gerade. Okay, was gibt's? Komm, komm mal ruhig zu uns, zu dem Pogwarts-Projekt. Ich finde dein Mauer-Design so geil. Aber auch die anderen finde ich sehr geil. Ja, das finde ich die absolute Zinn. Und jetzt wollten wir einen Morph quasi aus allen dreien machen und zerbrechen uns gerade wirklich den Schädel, weil wir wollen jetzt schon mal ein bisschen die Mauer irgendwie beginnen, damit wir zum Beispiel was gemacht haben. Wir haben in unserem Wahnsinn, habe ich jetzt mit Rotpilz gestern und mit Fabo zusammen, das komplette Ding nochmal unglaublich krass erweitert. Also wirklich insane viel Platz jetzt nochmal dazu. Wir haben alles an Terraforming-Arbeit soweit geleistet, außer dass wir den inneren Bereich noch nicht als Höhle verbaut haben. Du siehst ja jetzt hier, wie viel mehr Platz jetzt hier ist, ne? Genau, jetzt haben wir super viel Platz. Also das heißt, dieses Schloss-Ding kann ja nochmal größer jetzt werden. Alles, was hier vorne jetzt quasi entstehen kann in dem Bereich, kann ja wirklich eine mittelalterliche Stadt werden, mit Straßen und sowas. Weißt du, was ich meine? Ja, so kleine Häuser halt. Also ich hatte halt überlegt, hier wirklich eine, guck mal, das hier, Andi, schau mal, das hier als Haupttour so zu nutzen, mit einer krass hohen Treppe, die hier wirklich so Helms-Klamm-mäßig nach oben zieht, weißt du, was ich meine? Ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Und dann hier eine Hauptstraße, die sich einmal mit einem richtig fetten Marktplatz, der dann quasi irgendwo hier so mittendrin entstehen kann. Also hier sollen dann auch Seiten, Gassen und alles entstehen, weißt du? Ja gut, Platz ist ja mehr als genug, ne? Genau. Und wenn wir den Nahstab für die Häuschen nicht so groß machen, kriegen wir sehr viele unter, ne? Ja, richtig, genau, genau. Ich finde auch, ich habe jetzt unten mal diese zwei Cobblestone-Elemente gemacht, ich weiß nicht, ob du die siehst, ne? Mhm, ja, ja. Die finde ich ganz schön so zum Framing, ich finde unten den Sockel ganz geil eigentlich schon, der sieht so relativ stabil aus, wie so ein bisschen wie so ein Grundstein halt. Ja. Jetzt wissen wir aber noch nicht genau, wie wir das Schwarze plus dieses hoheitliche von dir irgendwie miteinander kombinieren. Und daran hängt es gerade ein bisschen, weil wenn wir das jetzt schon mal stehen haben, ich finde dein Zinn-Design so geil, das würde ich direkt so übernehmen. Ich glaube, ihr müsst die Zinne einfach mal draufbauen. Ich muss mir was ausprobieren. Ich muss mir was ausprobieren. Die ist jetzt auch super hoch jetzt, die Mauer, ne? Aber das muss ja auch irgendwie sein. Ja, das ist ja okay, das ist ja kein Thema, das ist ja kein Thema. Aber wir können auf jeden Fall jetzt schon mal das Mauer, also ich glaube, sobald wir das Mauer-Design ready haben in meinen Augen, würde ich einfach die Mauer einfach mit Spark auslegen. Und ich finde, schau mal hier, ich weiß nicht, Joe, also, ach, Joe, äh, Andi, findest du die Straße hier zum Beispiel zu breit? Wenn man jetzt halt hier vom Haupttor reden würde? Das hier ist auch nicht zu breit, oder? 15 Blöcke, ne, nicht zu breit. Das ist eine schöne, fette, herrschaftliche Straße. Bei der Mauer sollten wir eine Sache beachten, das habe ich extra bei meiner so versucht so ein bisschen darzustellen, aber ich denke mal, ihr denkt an, die soll Minimum drei Blöcke tief sein, ne, also jetzt können wir wahrscheinlich so über vier, fünf machen. Dann haben wir oben einen schönen Platz für den Wehrgang und unten können wir Geheimgänge reinbauen, etc. Alter, sieht aber schon, boah, Digga, sieht, also sieht, das ist ja viel, viel besser schon. Es ist schon viel, viel besser, du hast recht, das ist einfach nur, jetzt ist es schon richtig geil. Aber wir müssen noch ein paar von diesen geilen Zaunelementen, das finde ich so schön eigentlich. Mir fällt gerade aufs Barg, guck mal unten da, wo diese kleinen Dinger sind, diese Zinnen, ne, da, wo du gerade drauf guckst, diese Stairs, ne, wenn man die einreißt, dann hat man da noch einen kleinen Wehrgang drinnen. Hier, also. Ja, irgendwas mäßig, oder? Ja, aber ich glaube, ich glaube, also wir was machen sollten mit dem Schießchart. Mit Gittern oder so, ja, Schießchart, irgendwie sowas halt, genau. Aber ich finde es hier sehr niedrig, ich finde es halt hier sehr niedrig, ne? Ja, oder halt in der Mitte muss noch irgendwie was rein, das stimmt, da muss halt ein bisschen was da höher noch irgendwie rein. Soll man da hin später, oder was? Ja, man, also man muss halt ballern können, ne? Ach, Digga, aber das Mauer-Design, Kroko, wie sollen wir das denn in Kurven hinbekommen? Ja, aber das, da, ganz ehrlich, dafür sind wir doch eigentlich alles smart genug, wir müssen natürlich, wir dröseln das dann einfach auf, das wird dann einfach, ich kann's, ich kann's gerne mal, also ich hab heute leider keine Zeit mehr, aber ich kann das gerne mal angehen, dann mach ich uns mal eins um die Kurve, da müssen wir tatsächlich einfach ein bisschen freier werden und weniger an diese ganz strengen Regeln halten, wir wissen, wir wollen pro Segment zwei so blaue Elemente drin haben und dann ist es immer gerahmt von was schwarzem. Ich fände es doch eigentlich gar nicht schlimm, wenn wir die Diagonalen, oder wenn es um Kurven geht, weniger detailreich machen, einfach nur auf den Graden mehr Verzierung. Auch richtig, ja, auch richtig. Also klar, Türme kommen da sowieso noch rein, würde ich hier nicht auch einen Turm eigentlich ganz gut machen, Spark, wenn man jetzt einfach mal sagt, guck mal hier, also das wäre doch hier eigentlich ganz geil, oder? Ja, du kannst auch einen Turm machen, ich hab auch eigentlich gedacht, dass neben dem Eingang irgendwie ein Turm oder so, wäre so ein bisschen Fallgatter drüber, oder? Ich weiß halt nicht, was Joe davor hat, ich würde sagen, links und rechts brechen wir uns morgen mal mit Koko ab, wie wir das in den Kurven machen, weil das wüsste ich nämlich jetzt auch nicht, wie wir das am besten machen. Und dann haben wir doch einiges heute geschafft tatsächlich, zumindest planungsweise, also jetzt entsteht das ganze Mauerdesign schon mal. Wir haben auf jeden Fall jetzt eine geile Idee für das große Ganze, sag ich mal. Ich weiß nicht, was ich bin, 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 ich bin,